Nun kommt eine Musikerin zu uns hier aufs Podium des Wiener Musikvereins Yang Ting Ting, die ihr Masterstudium im Konservatorium in Pekig mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen hat. Sie musiziert auf einem Instrument, das in Gesamtkina eines der bedeutendsten Instrumente ist, eines der meistverwendeten Instrumente in der Volksmusik, eine Pipa. Eine Art Laute, würde man hierzulande vielleicht sagen, ein Instrument von enormem Tonumfang und auch von einer großen Breite der möglichen Ausdrucksskala. Wir werden zwei verschiedene, zwei hochverschiedene Stücke hören. Zunächst einmal eines, das uns in idyllische Regionen des Bezirks Guangdong führen wird, nämlich zum Weißen Himmelsberg und das noch dazu im Frühling. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.